Machen wir als allererstes mal eine typische Handbewegung für gestern. Bei mir sah die so aus. Überall, ja. So? Groß, die Brasilianer. Bei mir sah die so aus. Also ich habe mich wirklich total gefreut. Ja, bis zum 3-0. Und ab dem 3-0 hat sich ja wirklich jeder gefragt, ich glaube auch jeder Fußballfan überall auf der Welt, was passiert hier gerade? Das ist ein Fußballspiel, das kann man glaube ich so sagen, wie es die Fußballwelt halt noch nie erlebt hat. Das ist für uns alle eine ganz neue Dimension. Also ich sage neben einem, der hat beim 5-0 gesagt, siehste, dafür war das Schweden-Spiel gut, daraus haben sie gelernt. Damals endet das Jahr 4 zu 4. Und ja gut, Brasilien kam gestern ja niemals in den Verdacht da, Deutschland nochmal zu gefährden. Nach einer 4 zu 0 Führung für Deutschland. Also deshalb diese Parallele für alle, die es jetzt nicht auf dem Plan gerade haben zu diesem Spiel. Hansi, du hast das auch kommentiert für Bild Online. Erzähl mal, wie das für dich war. Also du musst ja auch gedacht haben, bist im komplett falschen Film. Ja, genau so war es. Also wir haben dann ja auch eine Obergrenze. Wir dürfen maximal sechs Minuten lang werden. Und dann weißt du plötzlich, wenn drei Tore innerhalb von zwei Minuten 58 fallen, von 2-0 bis zum 4-0, jetzt musst du hier völlig umdenken. Du schmeißt jede Chance raus, du schmeißt jedes Foul raus. Du sagst sofort zu deinem Cutter, der Basti, der auch sofort gesagt hat, Hansi, ab jetzt nur noch Tore. Jetzt ist vorbei und ab jetzt werden hier nur noch Tore gezeigt. Und Emotionen, weil wir halt einfach sagen müssen, in diesen sechs Minuten, was hier und heute passiert ist, das hat die Fußballwelt erschüttert. WM aktuell mit uns auf dem Weg zum Titel. WM aktuell mit uns auf dem Weg zum Titel. WM aktuell mit uns auf dem Weg zum Titel. Untertitelung. BR 2018